so ist es kurz nach sieben ich habe jetzt die nacht im flixbus verbracht und dann ab dresden im zug bis zittau hier bin ich jetzt am marktplatz es ist noch alles tot aber für mich geht es die oder entlang los ich brauche es einfach glaube ich wie jeder andere ich muss einfach weg ich werde jetzt also die oder hoch rollen bis zur küste und städtien vorbei und wenn ich da bin ist wahrscheinlich bis dann sich ich habe es mir noch nicht überlegt ist mir auch egal ich will einfach nur los ganzen frust von mir weg schieben ich hoffe es wird geil ich hoffe es wird spaßig ist eine schöne ruhige strecke nicht allzu viel los einfach nur rollen genau das was ich glaube ich brauche ich freue mich drauf gerade zwei kilometern gemerkt dass mein neuer gepäckträger absolut scheiße sitzt und dass sich die schlüssel zu hause gelassen habe wie es sein sollte klar ein profi ich war ja nicht zum ersten mal dran aber die schlüssel die ich brauche liegen zu hause gerade beim polizisten angeklopft ob sie mir vielleicht helfen können kann man da raus mit dem lehrer man alles sauber festgeschraubt richtig gut coole jungs manchmal manchmal sind sie brauchbar wenn niemand bei mir ist du denkst dass keiner dich sucht du hast die reise ins jenseits vielleicht schon gebucht geil all die lügen geben dir den rest halt mich an deiner liebe fest halt mich an deiner liebe fest wenn der frühling kommt und deine seele brennt du wachst nachts auf aus deinen träumen du wachst nachts auf aus deinen träumen aber da ist niemand der bei dir pennt wenn der auf den du wartest dich sitzen lässt halt mich an deiner liebe fest halt mich an deiner liebe fest ja k Wenn der Novemberwind deine Hoffnung verweht Und du bist so müde, weil du nicht mehr weißt, wie's weitergeht Wenn dein kaltes Bett dich nicht schlafen lässt Halt dich an deiner Liebe fest 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Also hier wäre ich, an der Ostsee, Mistroi, ist mir einfach zu voll, gerade 507, 508 Kilometer, dreieinhalb Tage, super Tour, jede Menge von nichts, dafür jetzt umso mehr, es ist einfach zu voll, zu laut, zu viel von allem, es fängt jetzt also für mich der Ostsee-Radweg bis Danzing an, 580, ich schätze nochmal 400 dazu, bis Marlburg vielleicht nochmal 70, 80, also die 1000 sollte ich schaffen. So, dann.